Diese Sequenz, die wir jetzt machen, besteht aus Klopfen, ich nenne das neumodisch Tapping, Qigong, Tapping, Klopfen auf den Körper, gefolgt von einer Reinigungsatmung, bei der wir den Körper ausschwingen, dritter Teil nachspüren und am Schluss noch ein bisschen Integration. Klingt kompliziert, ist aber relativ simpel. Lass uns starten. Stell dich in eine Hüftbreite, angenehme Position, ganz entspannt. Und mach eine kurze Bestandsaufnahme. Wie fühlst du dich vom Kopf über den Rumpf in deiner Fußsohle? Wie sind deine Körperhälften, linke Seite, rechte Seite? Dann gibt es eine Dominante. Und dann beginnen wir mit einer Klopfmassage im Rippenbogen. Speziell für die Entgiftungsorgane, Leber und nachher die Niere. Wir klopfen von hier die Seite nach unten, an der Hosennaht entlang, über den Fußrücken, an der Innenseite, wieder nach oben, über die Leisten und das Ganze noch einmal. Flanken. Achtet darauf, dass dein Atem ganz entspannt weiter fließt. Ich klopfe jetzt ein bisschen leiser, damit ihr mich noch hört. Das Klopfen kann sanfter sein oder ein bisschen fester. Wir machen hier drei Runden, landen hier nochmal bei der Leber. Aus einem stabilen Stand heraus heb deine Arme, atme ein. Achtung, Rücken bleibt gerade, atme aus. Atme ein. Ausatmen durch den Mund. Ein, langsam aufrichten. Ein, langsam aufrichten. Vier, letztes Mal. Ein, atmen. Luft ein bisschen anhalten und ausatmen. Richte dich auf. Schließ für einen Moment deine Augen. Fühle nach. Nutz auch diese kleine Pause, um wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Öffne dann deine Augen. Nimm deine Hände nach hinten und klopfe jetzt mit diesem Teil deiner Hand, also mit Daumen und Zeigefinger, auf den gesamten unteren Rücken. Also du gehst so hoch nach oben wie möglich. Klopfe von oben nach unten. Hier mache ich den Rücken ein bisschen rund. Gehe dann wieder nach oben. Klopfe von oben nach unten. Ihr wisst, wir sind jetzt in der Nierengegend. Auch die Niere ist ein wichtiges Entgiftungsorgan, das wir ein bisschen aktivieren möchten. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest hier ein bisschen länger klopfen, dann steht dir das natürlich frei, wenn du das außerhalb dieses Videos machst. Und dann atme langsam ein durch die Nase, über den Mund, aus, ein, aus, langsam ein, in den Bauch, aus. Aus, einatmen in den Bauch, in deine Flanken, aus, letztes Mal ein, aus und wieder absenken. Kurze Pause. Vielleicht spürst du dein Herz ein bisschen schlagen. Atmung, schneller gehen. Bleib mit deiner Aufmerksamkeit im Körper, speziell in dem Bauchbereich. Jetzt geht es in das wichtige Entsorgungsreinigungsorgan Dickdarm. Der beginnt hier rechts unten. Wir klopfen hier auf den Übergang Dünndarm-Dickdarm. Gehen dann rechts nach oben. Kurzen Besuch noch einmal bei der Leber. Horizontal hinüber nach links. Linke Seite nach unten. Zum linken Becken. Über das untere Dantien, den Unterbauch wieder zur Mitte. Und das Ganze machen wir nochmal. Ich habe jetzt mit der flachen Hand geklopft. Jetzt mache ich noch eine Runde mit den Fäusten. Und du kannst für dich ausprobieren, was fühlt sich besser an. Das waren drei Runden. Wir haben also hier ein bisschen was in Bewegung gebracht. Und jetzt die Reinigung. Atmen. Nase ein. Mund. Aus. Ein. Ein. Aus. Letztes Mal. Einatmen. Über die Seiten. Absenken. Okay. Jetzt verbessern wir noch ein bisschen die Durchblutung ins Gehirn. Wir nehmen die rechte Faust. Klopfen den Nacken. Wir klopfen hier ganz bestimmte Stellen des Körpers. Und hier gehen wir vom Nacken zusätzlich zur Lunge. Damit unsere Atmung noch ein bisschen vertieft wird. Klopfen hier mit allen. Mit der Faust. Beziehungsweise mit dieser Position. Finger zusammen. Schnabelposition hier in den Bereich hinein. Okay. Achtung. Dreimal einatmen. Aus. Sollte dir schwindelig werden, mach eine kleine Pause. Drei. Einatmen. Absenken. Und Nacken links. Rechts. Linke Faust auf dein rechter Nacken. Klopfen. Geh so weit nach hinten wie möglich mit der Hand, mit der Faust, dass du den ganzen Nacken erreichst. Stell dir vor, wie du hier diesen Stau, diese Spannung wieder in Bewegung bringst. Und dann geht es nach unten. Alle fünf Finger so zusammen und du klopfst in diese Mulde hier. Lungenpunkte. Lungenpunkte. Super auch als Vorbereitung oder als präventive Maßnahme gegen Erkältungen. Und zurück zur Mitte. Dreimal einatmen. Spür deine Füße. Spür die Aufrichtung. Aus. Ein. Ein. Aus. Ein letztes Mal. Einatmen. Ausatmen. Noch einmal. Kleine Momente nachspüren. Gibt es irgendwo im Körper Bereiche, speziell Hände, Arme, die kribbeln, pulsieren, vibrieren, die sich lebendiger anfühlen. Dann öffne deine Beine etwas. Jetzt geht es darum, die Lungen, die alte Luft aus der Lunge wirklich nach außen zu bringen. Dazu lass deinen Oberkörper nach unten sinken. Du kannst dich hier abstützen mit dem Ellbogen auf den Oberschenkeln. Und beim nächsten Ausatmen zieh jetzt deine Bauchdecke so fest wie möglich nach innen. Oder es hilft dir die Anweisung, zieh den Bauchnabel so fest wie möglich nach innen. Dein Kinn auf den Kehlkopf. Lass alle alte Luft heraus. Stütz dich dann ab. Atme langsam ein. Ihr seht, die Gesichtsfarbe verändert sich. Das macht was mit dem Körper. Ausatmen. Entspannend. Noch einmal einatmen. Wir tauchen noch einmal ab. Und atmen tief aus. Bis die Lunge leer ist. Scheinbar. Jetzt geht es um diese Restluft. Zieh die Bauchdecke nach innen. Bis du ganz leer bist. Und jetzt atme wieder ein. Komm hoch. Entspann deine Bauchdecke. Und richte dich langsam wieder auf. Meistens wird es spätestens an dieser Stelle jetzt warm im Körper. Wir atmen noch einmal ein. Fühlen beide Füße. Fühlen beide Hände. Gehen nach unten. Lassen Oberkörper noch einmal hängen. Und fangen hier an zu pendeln. Du stellst dir vor, du bringst deine Stirn in Richtung linke Kniescheibe. Lockerst. Schwingst nach rechts. Bringst die Stirn oder Nase zum Rechten. Pendel ein. Roll dich wieder nach oben. Achtung. Einatmen. Stretch deine Seiten. Jetzt öffnen wir die Flanken. Um erstens der Lunge Platz zu machen. Löse hier deine Hände. Und lass sie nach unten klatschen. Locker deine Schulter. Wir machen es nochmal. Wir rollen uns nach unten ab. Eine kleine Sequenz, die ich sehr gern mag. Kopf hängt. Oberkörper pendelt nach links. Pendelt nach rechts. In die Mitte zurück. Beug deine Knie. Roll dich hoch. Langsam. Einatmen. 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 Und aus. Ein. Aus. Ein. Und spür, wie leicht es dir fällt, hier die Arme ganz einfach fallen zu lassen. Drittes Mal. Roll nach unten. Wirbel für Wirbel. Genieß hier diese Dehnung im Rücken. Du musst nicht so weit nach unten kommen. Bauch in Richtung Oberschenkel. Knie dürfen gebeugt sein. Ben links. Rechts. In die Mitte. Roll dich langsam nach oben. Und oben. Atme ein. Verschränk deine Finger. Atme aus. Wir machen hier Platz. Mitte. Machen hier Platz. Platz auf der rechten Seite. In der Leber. In die Mitte. Und lernen in der Schulter. Loszulassen. Hände reiben. Zum Abschluss. Dann von oben nach unten. Kurz dein Ohr. Durchmassieren. Mit Daumen und Zeigefinger. Das Ohr ist ein Reflexorgan für den ganzen Körper. Es gibt Ohrakupunktur. Wir wissen, hier sind wichtige Akupunkturpunkte. Da drückst du einfach ein paar Mal von oben nach unten durch. Dann gehen wir nach hinten. Mit den Knöcheln. Reibst du über deinen Rücken nach oben und unten. Hier stelle ich mir nochmal speziell vor, wie die Niere durchblutet wird. Versorgt wird. Und dann geht es hierher zu Leber. Leber polieren. Gallenblase polieren. Und noch einmal abstreifen. Wunderbar. Bleib in dieser Position einen kurzen Moment. Wie fühlst du dich jetzt? Spürst du Zirkulation? Spürst du Wachheit? Spürst du ein leichtes Schwitzen? Mehr Energie? Mehr innerer Antrieb? Und stell dir vor, was wäre, wenn du diese kurze Sequenz wirklich täglich einmal machst, gegen Frühjahrsmüdigkeit? Spürst du Zirkulabende? Spürst du Zirkulabende?